Was ist die KV-Lehrung für die Firma Stämpfli? Wir stellen dir jetzt auch die KV-Lehrung bei der Firma Stämpfli vor. Da wir jeden Tag mit Kunden zu tun haben, entweder am Telefon oder persönlich, ist es wichtig, dass man kontaktfreudig und offen ist und auch eine pflegte Erscheinung hat. Zum KV gehört natürlich auch das Schaffen am PC, damit wir die verschiedenen Aufträge, wie zum Beispiel Briefe und Rechnungen schreiben oder Preise berechnen, in den Abteilungen bearbeiten können, müssen wir diverse Programme kennen. Wir arbeiten in der Branche Kommunikation und das spielt, wie auch schon erwähnt, der Kundenkontakt eine grosse Rolle. Darum ist es wichtig, dass du kommunikativ bist und Freude an der Sprache hast. Zu unseren Aufgaben gehören auch kleinere Arbeiten, wie zum Beispiel Statistik herstellen, zuständig sein für das Materiallager in den Abteilungen oder auch ein Besprechungszimmer vorzubereiten. Unsere Fachrichtung ist Produktion und Druck. Darum haben wir auch viel mit Büchern, Zeitschriften usw. zu tun. Die werden von uns zum Beispiel an Kunden verschickt oder wie hier sortiert und abgelegt. Während unserer Ausbildung lernen wir auch den ganzen Produktionsprozess kennen. Beim Stempfli hat es über 30 Lernende in sieben verschiedenen Berufsgruppen. Den Mittag verbringen wir viel mit den Rang, aber auch an unseren Ausflügen mit den Ausbildern und den Lernenden können wir es lustig haben zusammen. Für so kleine Projekte wie zum Beispiel die Ausflüge sind wir Lernenden selber verantwortlich. Ich mache die Lehre beim Stempfli, weil es abwechslungsreich ist. Ich mache die Lehre beim Stempfli, weil man Kundenkontakte hat und viele neue Leute lernt kennen. Ich mache die Lehre beim Stempfli, weil es eine gute Grundlage für die Zukunft ist. Ich mache die Lehre beim Stempfli, wegen der speziellen Stempfli-Unternehmenskultur. Ich mache die Lehre beim Stempfli, weil Stempfli viel bietet, aber auch viel verlangen. Ich mache die Lehre beim Stempfli.